So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Vorlesung Basiswissensparwissenschaft oder zum Einführungskurs im Basismodul. Heute, ich mache das mal so ein bisschen weg, haben wir uns in der Übung mit Morphologie beschäftigt und sind schon an das ein oder andere Phänomen gestoßen, wo wir doch in Richtung größerer, satzwertige Einheiten schauen müssen, denn zum Beispiel die Adjektivdeklination lässt sich nur erklären, wenn man irgendwie sie in Kombination mit Nominar versieht, das heißt zumindest schon so etwas wie eine Idee einer Phrase im Hinterkopf hat und wir hatten das Ganze auch erläutert an der Frage der Großschreibung, in der diese Definition hieß, ja immer den Kopf der Phrase, ja den schreibt man groß und das Ganze, diese Setzungen machen natürlich nur Sinn, wenn man von größeren sprachlichen Einheiten ausgeht, die man eben entweder morphosyntaktisch oder syntaktisch beschreibt. Und das werden wir heute mal probieren. Ich werde Ihnen heute zwei unterschiedliche Formen vorstellen, mit denen Sie satzwertige Ausdrücke beschreiben können. Das eine ist eine sogenannte Phrasenstruktur. Nach der Phrasenstruktur arbeitet der Duden. Und das zweite, was ich Ihnen vorstellen werde, ist die Konstituentenstruktur. Das ist eine etwas andere Form der Markierung von sprachlichen Einheiten und der Analyse größerer sprachlicher Einheiten, die sehr eng miteinander verwandt sind. Und ich sage es gleich vorweg für diejenigen, die das Ganze für das Basismodul besuchen, die Konstituentenstruktur ist nicht klausurrelevant. Da können Sie sich bitte entspannt zurücklehnen und zuhören. Das Gleiche gilt für die Valenzgrammatik, die ich mir in der nächsten Woche anschaue. Valenzgrammatik wäre noch eine weitere Form, wie man bestimmte Satzstrukturen gut beschreiben kann. Und gleich zur Vorwarnung, die Vorlesung zur Valenzgrammatik zeichne ich direkt nach dieser auf. Nächste Woche findet keine Vorlesung statt, weil ich auf Tagung bin. Ja, aber das heißt, wir gestalten das als Premiere. Es wird sich so gut wie echt anfühlen. Mit dem selben Tafelbild. Ja, okay. Also das heißt, zur Valenzgrammatik dann in der nächsten Woche. Den vorigen Satz habe ich komplett eingefärbt, sodass Sie sofort sehen, dass es nicht lasurrelevant ist. Okay, kommen wir aber zum Thema der heutigen Vorlesung, nämlich bauen zwei Sätze. Wir sind also in der letzten Vorlesung, haben wir uns morphologisch mit Wörtern beschäftigt, mit Worteinheiten. Und sehr schnell dürfte klar geworden sein, dass man irgendwie in größere Strukturen ausgreift. Und das sind üblicherweise Sätze. Die Frage also, der wir heute im Wesentlichen nachgehen, wie sich Sätze systematisch beschreiben lassen. Hier wird es mir heute noch nicht darum gehen, dass wir sowas wie Nebensätze und Hauptsätze und Matrix-Sätze und so weiter haben, sondern das wird erst nachgelagert, das hören Sie dann in 14 Tagen. Es geht heute erstmal nur darum zu sagen, okay, was ist ein Satz und wie kann ich den idealerweise beschreiben. Zunächst erstmal sollten Sie unterschiedliche Auffassungen davon kennen nach der heutigen Sitzung, was Sätze sein können. Das Zweite ist, dass Sie basale Möglichkeiten haben, die Sätze und ihre Bestandteile zu beschreiben. Traditionellerweise spricht man hier von Satzgliedern, die man unterscheidet und Sie können diese Satzglieder ermitteln durch Verschiebeprobe oder Ersatzprobe, also Permutation und Substitution und Sie können die Satzglieder formal und funktional bestimmen. Um das Geheimnis zu lüften, was sich darunter verbirgt, das sind so Dinge wie Prädikat, Subjekt und Objekt. Ja, das ist jetzt nicht die harte Grammatik, sondern es ist relativ überschaubar, mit dem wir heute einsteigen. Und weil wir bei einer relativ einfachen Form bleiben heute dieser satzwertigen Ausdrücke, werfen wir abschließend noch einen Blick auf das Stellungsfelder-Modell. Das Stellungsfelder-Modell können Sie einsetzen, um verschiedene Satzformen und Satzarten zu unterscheiden. Und deswegen ist es ganz gut in der Didaktik, das an der Stelle zu platzieren, bevor wir dann in Richtung Valenz und unterschiedliche Satzverbindungen und Satzgefüge schauen. Zunächst erstmal zur Literatur. Literatur zu diesem Themenkomplex bei Busch und Stenschke relativ umfangreich, mit unterschiedlichen Fokussierungen auf dieses Thema. Interessanterweise zeigen Sie Ihre Wortartenschemata erst im Kontext von Syntax. Das werde ich nachher nochmal aufnehmen. Präm und Müller sind sehr bescheiden im Umfang, was das angeht. Also das heißt, Sie konstatieren, dass es so etwas wie Sätze gäbe. Und daneben weitere führende Literatur. Der Duden, selbstverständlich. Peter Eisenberg mit einer zweibändigen Grammatik. Und wir kümmern uns heute nur um den Band 2, nämlich der Satz. Der erste Band heißt das Wort. Falls Sie noch Fragen haben zur Morphologie und über die Weihnachtsfeiertage nichts vorhaben, können Sie das gerne lesen. Und immer gern in diesem Kontext genannt die sprachlichen Zweifelsfälle von Wolf-Peter Klein, der im Wesentlichen die Fälle beschreibt, die eben nicht sauber systematisierbar sind. Also linguistische Zweifelsfälle sind die, bei denen auch versierte Sprachbenutzerinnen ins Zweifeln geraten. Also das heißt, wir hatten zum Beispiel vorhin in der Segmentierung hier so ein paar Diskussionen, was jetzt in Vorlage sei. Und solche Diskussionen sind eher die Regel als die Ausnahme. Also niemand wird darüber streiten, dass Lage möglicherweise ein lexikalisch und ein freies Morphem ist. Und deswegen sind diese Fälle eigentlich auch nicht interessant. Interessant wird es an den Stellen, an denen es anfängt zu knacken, an denen das Beschreibungsinstrumentarium ausscheidet. Wenn Sie noch Nerven haben für eine weitere Grammatik, was ich wirklich empfehlen kann, ist Ulrich Engels deutsche Grammatik. Das allerdings eher nicht für die ersten Semester, sondern eher für die, die ihr Studium gerade abschließen. Warum? Ulrich Engel stellt die fiesen Fragen. Ja, also der schreibt immer so zwei Absätze und das beendet er so mit so einer Frage. Mein Lieblingsbeispiel ist Futur 1. Ja, erklärt er ganz kurz in zwei Absätzen, was das Futur 1 ist und schreibt drunter, naja, ob Futur aber ein Tempo ist, das ist strittig. Und damit lässt er sie dann allein. Und das ist ziemlich cool, weil er natürlich dann genau sie auf so eine Spur setzt und sagt, okay, wenn es nicht Futur 1 ist, was ist es dann? Und wenn Sie an so Lust haben, da ein bisschen drüber nachzudenken, in der entsprechenden Tiefe, Ulrich Engel deutsche Grammatik, großartig. Das ist für mich eines der wichtigsten Bücher, ja, weil ich da unglaublich viel gelernt habe damit. Okay, zum Thema Sätze. Hier kopiert für Sie aus Busch-Stenschke, Sie können Akzeptabilität und Grammatikalität, das wird noch häufig genug im Studium vorkommen, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Entscheidender ist mir, dass Sie einen traditionellen Zugang zum Satzbegriff wählen und den an Gallmann anschließen, nämlich danach, dass ein Satz eine Einheit ist, die aus einem finiten Verb und mindestens allen vom Verb verlangten Satzgliedern besteht, ist eine abgeschlossene Einheit, die nach den Regeln der Syntax gebildet ist, ist die größte Einheit, die man mit den Regeln der Syntax erzeugen kann. Also es ist eine sehr formale Definition, die auf bestimmte Bestandteile setzt und Überraschung, Überraschung, nicht alle Satzglieder, die vom Verb verlangt werden, das ist auch eine recht eigenwillige, terminologische Setzung hier, müssen in einem Satz enthalten sein. Wir werden uns dafür ein Beispiel, ein konkretes Beispiel anschauen. Die zweite Möglichkeit, Sätze zu sehen, Sie ahnen es vielleicht, Sie können auf die Form schauen, die zweite Möglichkeit ist, auf die Funktion zu blicken. So machen das Bremer und Müller, die vor allen Dingen die kommunikative Funktion von Sätzen herausstellen und das an einer Definition machen von Hermann Paul. Hermann Paul ist, gehört zu den Jung, ist der wahrscheinlich einer der wichtigsten Vertreter der Junggrammatik, Anfang 20. Jahrhundert, der tatsächlich sehr viele kluge Überlegungen zum Thema Sprache angestellt hat und eine ist die, der Satz ist der sprachliche Ausdruck, das Symbol dafür, dass die Verbindung mehrerer Vorstellungsmassen in der Seele des Sprechenden sich vollzogen hat. Wenn Sie hier so ein bisschen die Psychoanalyse durchklingeln hören, es ist genau die Zeit. Und das Mittel dazu, die nämliche Verbindung der nämlichen Vorstellungen in der Seele des Hörenden zu erzeugen. Man könnte noch hinzufügen, dass eine Äußerung, um als Satz erkannt zu werden, etwas Abgeschlossenes um seiner Selbstwillen Ausgesprochenes sein muss. Also Sie erkennen schon auch, es ist irgendwas Abgeschlossenes, aber es dient vor allen Dingen der Verbindung von zwei Ideen. Also zwei Vorstellungen. Das Zeichen war so eine Vorstellung, ein Lautbild und im Satz verbinde ich eben wenigstens zwei Dinge miteinander oder mehr. Und die Brücke schlagen Bremer und Müller auch, wenn sich das Ganze an Bühler erinnert. Also die Vorstellung des einen und die muss in dem anderen was erzeugen. ist es genau das Mindset, das Hermann Paul hier ebenfalls teilt. Also das heißt, wenn Sie so wollen, ist die Satzvorstellung von Paul sehr verwandt mit dem, was Bühler als Zeichenbegriff und als Organon und Organum definiert hat. Aber da geht es eben nicht um die Form, also es muss ein Subjekt haben und ein finites Verb, sondern es geht darum, was können Sie damit machen. Ja, also wozu brauchen Sie Sätze. Und das bezeichnet man dann als die kommunikative Funktion. Organ und Modell sehen Sie ganz unten. Ja, also das heißt, das ist tatsächlich die gedankliche Brücke dahin. Schauen wir uns mal einen authentischen Satz an. Also ich habe mir jetzt keine, nicht die Mühe gemacht, mir für Sie einen Satz auszudenken, sondern das ist ein authentischer Satz. Und zwar aus dem, aus Reklamslexikon der Opernwelt, aus dem Artikel Rollen M von Rolf Pfad. Das mit dem Storch war reiner Zufall. Ich habe im DWDS nach Belegen gesucht und Storch hat mich angesprungen. Versehentlich schickt sie den Brief an Storch, dessen Frau den Brief öffnet, von der Untreue ihres Mannes überzeugt ist und die Scheidung einleitet. Ein sehr schöner Satz. Für Sie vielleicht zum Hintergrund. Das Ganze kommt aus Intermezzo von Strauß. Ja, das ist eine Operette in zwei Akten. Eine typische Verwechslungsgeschichte, uraufgeführt in Dresden. Worum geht es? Es geht um einen Hofkapellmeister Storch und seine Frau Christine. Und Wirrungen, Wirrungen, jedenfalls Hofkapellmeister ist unterwegs. Und an Christine kommt ein Brief. Und dieser Brief kommt von Mieze Meier. Und das ist Rollen M. Ja, Mieze Meier. Mit einem etwas unmissverständlichem Inhalt. Und darauf leitet sie die Scheidung ein. Das Ganze geht dann gut aus, denn es ist so eine typische Heinz-Erhard-Geschichte. Sie wollte eigentlich dem Kapellmeister Stroh schreiben. Das ist so eine Verwechslungsnummer. Christine und Robert Storch vertragen sich und lachen über die Geschichte. Gut, das ist der Hintergrund dieses Satzes. Okay. Der Punkt ist jetzt ein bisschen und das als Wiederholung, dass wir morphologisch können wir diese einzelnen Worteinheiten natürlich bestimmen nach, ob sie flektierbar sind oder ob sie nicht flektierbar sind. Viel interessanter aber ist, ob sie zum Beispiel in einer größeren satzwertigen Einheit bestimmte Funktionen übernehmen können. Und Sie sehen schon, dass das, was Bush und Stenschke hier machen, Sie kombinieren faktisch diese klassische Wortarten, diese Wortarten-Differenzierung und fragen danach, was können wir damit in syntaktischen Strukturen machen. Und im Wesentlichen sehen Sie hier, dass Sie folgende Dinge haben, nämlich, dass man, ich länge mal Ihren Blick nochmal ganz oben inflekt, flektierbar, nicht flektierbar. Ganz kurz, alles, was Sie flektieren können, ist prinzipiell satzliedfähig. Ja, bis auf das Adjektiv. Das ist nicht satzliedfähig. Aber es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Das ist der schönste Satz für Lingüsten. Es kommt drauf an. Also wir werden uns schauen uns ein paar Beispiele an. Was aber auf alle Fälle satzliedfähig ist und nicht flektierbar, ist das Adverb. Und nicht satzliedfähig, das sehen Sie schon darunter, sind Präposition und Konjunktion. Ja, das heißt, das und, und zum Beispiel vor dem Haus wäre nicht satzliedfähig, also die Präposition. Das Interessante ist beim Adjektiv tatsächlich, dass man schauen muss, okay, in welchem Kontext tritt das auf. Als Attribut ist es nicht satzliedfähig, sondern nur ein Satzliedteil. Das schauen wir uns aber gleich im Detail an. Ich vereinfache mal den Satz ein wenig. Versehentlich schickt Sie den Brief an Storch. Das ist die Ausgangsbasis, von der aus werde ich jetzt alles entwickeln, sowohl die Phrasenstruktur als auch die konstituellen Struktur als auch die Valenz. Ja, also das heißt, dass wir bei diesem einen Beispiel bleiben. Schauen wir uns das mal genauer an. Sie können, wenn Sie jetzt eine Wortartenbestimmung vornehmen, dieser Teile, hier geht es im Wesentlichen erstmal um die Verfahren zur Ermittlung von Satzgliedern, nur nicht zu benennen welche, aber dass man erstmal weiß, welche Einheiten es ist. Das können Sie durch Verschieben und Ersatz realisieren. Was können Sie hier verschieben in dem Satz? Das sind im Wesentlichen die Einheiten, die ich Ihnen ja schon aufgeführt habe. Versehentlich schickt Sie den Brief an Storch. Sie können problemlos bilden an Storch, schickt Sie versehentlich den Brief, den Brief schickt Sie versehentlich an Storch, sie schickt versehentlich den Brief an Storch. Das heißt, diese können Sie verschieben und Sie können ihn auch ersetzen. Am Montag schickt Sie den Brief an Storch, am Montag sendet Sie den Brief an Storch, am Dienstag sendet Sie das Telegramm an Storch und so weiter und so fort. Sie können auch an Storch ersetzen durch nach München ins Nirwana, was auch immer Sie wollen. Das heißt, durch Verschiebeprobe und Ersatzprobe können Sie die Satzglieder wissen Sie erst mal, welche Elemente Sie vorliegen haben. Diese Elemente können Sie auch beschreiben formal. Sie wissen, dass versehentlich ein Adverb ist. Warum? Es ist nicht flektierbar und es ist nicht komparierbar. Das nächste ist, schicken ist offensichtlich ein Verb, auch das werden Sie schnell feststellen. Sie ist ein Pronom, steht für Mietzemeier. Den Brief, da haben wir einen Artikel und einen Nomen und Anstorch, Präposition und Nomen. Das sind die Kombinationen und die können Sie natürlich in der bestimmten Phrasenstruktur markieren. Ganz kurz hier das Zitat aus dem Duden. Eine Grundregel des syntaktischen Strukturaufbaus ist es, dass jede Phrase ein syntaktisches Wort beziehungsweise eine Wortform enthält, das wesentlich grammatische Eigenschaften der gesamten Phrase bestimmt. Diese Wortform nennt man auch Kopf und jetzt Achtung, aufpassen. Was Kopf und was Kern ist, geht in der grammatikografischen Beschreibung munter durcheinander. Dass der Duden schon schreibt, das wird als Kopf oder Kern bezeichnet, ist eigentlich, ich würde mal ganz vorsichtig sagen, mutig. Man kann sich für das eine oder andere entscheiden. Zumal, wenn man behauptet, dass der Kopf der Phrase immer groß geschrieben wird, deswegen steht hier auch in Klammern auch Kern. Es ist eine terminologische Unsauberkeit, die da durchschimmert. Also das heißt, merken Sie sich bitte, bei Phrasen sprechen wir von Kopf, nicht Kern, Kopf. Einer Phrase. Das Verhältnis zwischen Phrasen und syntaktischen Wörtern lässt sich nun wie folgt charakterisieren, jede Phrase hat genau eine Wortform als Kopf und jede Wortform bildet den Kopf einer eigenen Phrase. Was zur Hölle heißt das? Dafür möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die formale Beschreibung lenken. Prinzipiell ist es so, dass versehentlich können Sie als Adverb klassifizieren. Aber es ist auch eine Adverb Phrase, das heißt, die nicht maximal gefüllt ist, sondern mit einem Wort. Und dieses Wort gibt offensichtlich der Phrase die Form, die sie hat. Das heißt, das Wort gibt mehr oder weniger als Kopf der Phrase ihre Form. Das wird bei Adverb vielleicht noch nicht so deutlich. Schauen wir deswegen, Verbalphrasen müssen wir uns jetzt glaube ich auch nicht anschauen, da ist das Verb drin und erstaunlicherweise gibt das Verb die grammatischen Strukturen für die Phrase vor. Wir schauen uns aber mal die Nominalfrasen an. Die sind nämlich eigentlich das Interessante. Also wir haben eine Nominalfrasen, damit ist der Kopf der Phrase benannt, das ist das Nomen. Dieses Nomen schreiben Sie nicht nur groß als Kopf der Phrase, sondern es gibt auch dieser ganzen Phrase die grammatische Struktur, das heißt die Form. Soll heißen, der Artikel, der davor steht, oder wir haben ja ein Pronom, also Nominalfrasen im Nominativ, das heißt, hier gibt wir offensichtlich, dass es im Nominativ steht, das wird durch das Wort vorgegeben. Schauen Sie mal auf den Brief, da sieht man es noch deutlicher, es ist dasselbe, Nominalfrasen und jetzt aber nicht im Nominativ, sondern im Akkusativ, besteht aus zwei Wörtern, der Kopf der Phrase wird groß geschrieben, Brief, und dieser Brief im Akkusativ gibt dem Artikel seine Form und der ganzen Phrase ihre Form, seine Nominalfrasen im Akkusativ. Und jetzt warum brauchen Sie überhaupt diesen Kopfbegriff? Die letzte Phrase ist eine Präpositionalphrase. Warum? Weil der Kopf der Phrase die Präposition ist. Die Präposition bestimmt den Kasus dieser Phrase. Ja, das heißt nicht irgendetwas anderes, sondern es ist nur die Präposition an Storch. Welcher Fall ist das? Wir haben ja nur vier. Nominativ wird es nicht sein, Genitiv auch nicht, bleiben nur zwei, Dativ, Akkusativ. Wie fragen Sie? Akkusativ. Ja, das ist eine Akkusativ-Phrase, das verlangt den Akkusativ. Können Sie, wir werden sehen, dass es durchaus relevant ist, weil nämlich noch nicht so ganz klar ist, was das eigentlich für ein Satzglied ist. Ich zeige Ihnen das Ganze jetzt mal. Bitte erschrecken Sie mir nicht, das was Sie jetzt sehen ist eine Maximalannotation. Und zwar, ich fange mal von oben an. In einer Phrasenstruktur geht man davon aus, dass ein Satz eine Verbalfrase ist, die maximale Verbalfrase. Was wird in dieser Verbalfrase zusammengeführt? Eine Verbalfrase und etwas anderes. Jetzt sehen Sie, dass wir hier eine adverbiale eine adverbial Phrase haben, das heißt, und ich gehe davon aus in meiner Interpretation, die müssen Sie nicht teilen, dass versehentlich hier als Satzadverb fungiert. Also das relativiert die ganze Aussage des gesamten Satzes. Sie können versehentlich auch ans Verb anhängen, also Sie schickt es manchmal, Sie schickt es versehentlich, Sie schickt es hier und da. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es ein Satzadverb ist. Erstes, drittige Frage. Wir gehen mal auf die zweite Ebene. Die Verbalfrase, die darunter liegt, das ist die eigentliche Satzebene, wenn Sie so wollen. In dieser werden zusammengefügt eine Verbalfrase, ja, schickt eine Nominalfrase, die aus einem Nomen besteht und einer weiteren Nominalfrase, die aus einem Artikel und einem Nomen und einer Nominalfrase besteht und diese Nominalfrase besteht wiederum aus einem Nomen. Also das ist die Maximalannotation, Sie werden schon relativ schnell feststellen, das ist die zweite Ebene von unten, die können Sie einfach weglassen. Ja, also wenn Sie sagen, okay, die Nominalfrase besteht nur aus einem Nomen, dann kann man vielleicht auch sagen, es ist ein Nomen. Aber das ist nur hier in der Maximalannotation, damit Sie das einmal sehen. Das Spannende ist jetzt, was machen wir denn mit der Präpositionalphrase an Storch. Ja, also das ist eine Präposition an eine Nominalfrase, die minimal gefüllt ist mit einem Nomen Storch, an Storch. Präpositionalphrase sehen Sie, die kann an drei unterschiedlichen Stellen hängen. Sie kann ein Präpositionalattribut sein. Sie schickt den Brief an Storch. Also das ist ein spezifischer Brief an Storch. Das nächste, ich muss mich wieder rückmelden hier, die hat mich wieder verloren. Warum? Warum? Das nächste, woran es hängen kann, es kann das Verb näher bestimmen. Sie schickt den Brief an Storch. Das hat dann so eine Bedeutung wie Empfänger, Adresse, Ziel. Oder es kann vollkommen beliebig sein wie versehentlich. Sie schickt den Brief und zwar versehentlich oder eben halt an Storch. Also das können die drei unterschiedlichen Funktionen dieser Präpositionalphrase sein. Und das ist nicht einfach, das zu entscheiden. denn jede für sich genommen ist richtig. Je nachdem, wie Sie es verstehen wollen. Und weil wir an anderer Stelle über Homonomie und Synonymie gesprochen haben, Sie haben hier eine Form, es ist eine Präpositionalphrase mit drei unterschiedlich möglichen Funktionen. Ja, sie kann ein Präpositionalattribut sein oder eben Satzadverbial oder Adverbial. Wenn Sie das Gefühl haben, um Gottes Willen, sowas würde ich nie in der Analyse selber hinkriegen. Tun Sie bitte den Gefallen und geißeln Sie sich deswegen nicht. denn es ist tatsächlich so, dass Sie davon ausgehen müssen, dass sobald Sie authentisches Material beschreiben, sprachliches Material, Sie nehmen irgendeinen Satz aus irgendeinem Buch, dürfen Sie damit rechnen, dass Sie zu solchen Ambiguitäten geführt werden. Deswegen sind die Lehrbuchbeispiele immer so furchtbar einfach, damit Sie gar nicht auf dumme Gedanken kommen. Damit Sie nicht nachdenken müssen. damit es Ihnen automatisch plausibel ist. Tun Sie also den Gefallen, wenn Sie das üben wollen, dass Sie erst das Lehrbuchmaterial nehmen, da können Sie sicher sein und dann nehmen Sie zum Spaß mal authentisches Material. So, einmal in der Analyse. Also, mir macht das große Freude, aber ich weiß nicht, ob ich das mit allen teile. Ist jedenfalls für Vermittlungskontexte absolut zu empfehlen, dass man auch so eine Verunsicherungsmomente schafft. Wie bekommen Sie die aus der Welt? Also, wie machen Sie das? Sie haben so einen Satz und wissen, ja, okay, das kann jetzt drei Funktionen haben. Was stimmt jetzt? Da alles stimmt, ist die Frage schwer zu beantworten, aber dafür brauchen Sie die Interaktion, dafür müssen Sie sich austauschen. Das können Sie möglicherweise auch nicht alleine lösen, sondern dafür braucht es dann sogenannte Grammatikalitäts- und Akzeptabilitäts- Urteile. Vielleicht erinnern Sie sich, dass das bei Bush und Stenschke genauso in der Definition stand, Akzeptabilität und Grammatikalität. Und früher hat man solche Fragen entschieden, zum Beispiel in Kursen wie diesen. Da wurde dann die Frage gestellt, für was würden Sie sich entscheiden? Wer würde denn zum Beispiel sagen, dass es ein Präpositionalattribut ist von Ihnen? Würde man sich da melden? So, niemand? Lokaladverbial, das ist schon ein bisschen wahrscheinlicher und dann würde man sagen, okay, 97 von den 27 Studierenden in meinem Hauptseminar haben 25 Studierende gesagt, das sei ein Lokaladverbial, also ist das ein Lokaladverbial. So hat man faktisch das begründet. Grammatikalitäts- Urteile. Schauen Sie mal danach, in der älteren Fachliteratur ist das durchaus üblich, genauso zu verfahren. Heute haben wir dafür ein paar andere Mittel, aber das sind genau die Fragen, die es im Endeffekt betrifft. So, was könnte Ihnen denn helfen, das zu entscheiden? Eine Quelle biete ich Ihnen an, das ist das elektronische Valenzwörterbuch beim Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Wenn Sie sich fragen, warum wir Valenz machen, möglicherweise hat es damit zu tun? Ohne, dass Sie jetzt aber schon wissen oder noch nicht wissen, was Valenz sei, vielleicht ganz kurz, die Valenzgrammatik gibt Ihnen einen Rahmen an mit möglichen Mitspielern oder Aktanten eines Verbs. Hier am Fall von Schicken. Und ich möchte Ihre Aufmerksamkeit lenken auf den Satzbauplan. Ja, das ist der dritte Punkt von oben. Und noch ohne, dass Sie die Abkürzungen auflösen können, es geht hier um ein Komplement, das kann ein Substantiv sein, also das heißt, es ist ein Subjekt. Das nächste ist ein Komplement im Akkusativ. Also, Sie schicken etwas, den Brief. und dann haben Sie ein Komplement im Dativ, das wäre der Empfänger, in unserem Fall Storch, aber Achtung, es gibt auch noch ein Komplement Adverbial und zwar wohin, das ist die Adresse, das Ziel. In unserem dummen Beispiel ist es so, dass der Empfänger und das Ziel gleich heißen. Also, das heißt, wir schicken es an Storch und meinen die Adresse, aber irgendwie ist er auch der Rezipient, des Ganzen, also ist er auch derjenige, der es bekommt. Und das wiederum kriegen Sie nur dadurch hin, dass es eben nicht im Dativ steht, sondern an Storch ist das Adverbial im Akkusativ, das heißt, es ist die Adresse in diesem Fall. Auch wenn man semantisch schwer differenzieren kann. Und das sehen Sie unten in dem Anwendungsbeispiel, Mama hat mir das Nikolauspäckchen nach München geschickt. Das ist ein typisches, ne, nach München, das wäre genau wie an Storch. Das bedeutet, dass wir mit einiger Plausibilität sagen können, möglicherweise gehört an Storch, also die Adresse, mit zu dem engeren Rahmen der Verbalphrase. Möglicherweise als Lokaladverbial, das irgendwie sehr stark an Schicken dranhängt. Ähnlich wie das Subjekt, also Sie, und das Akkusativkomplement, das Etwas, dem Brief. Ja, also das kann man jetzt, könnte man jetzt mal annehmen. Wir tun mal so, als sei das so. Als sei das Lokaladverbial, als Direktional, direkt an der Verbalphrase angehängt. Das müssen Sie nicht allein entscheiden, das Evalbu hilft Ihnen dabei. So, was wir jetzt also wissen, ist prinzipiell erstmal, wie diese Struktur aussieht und jetzt können wir diese unterschiedlichen Funktionen auch benennen. Also wir können sie jetzt für uns in dieser Analyse benennen. Und zwar versehentlich wäre dann so etwas wie ein Temporaladverbial, also mit dem man irgendwie eine Zeit, einen zeitlichen Bezug herstellt, irgendeiner Art und Weise. Dann haben wir ein Prädikat, ein Subjekt, ein Akkusativobjekt und ein Lokaladverbial, bei dem ja strittig war, ob es nicht vielleicht ein Präpositionalattribut ist. Also mit gewisser Wahrscheinlichkeit könnte man das als Lokaladverbial bezeichnen. Zu den Satzgliedern, die hätten wir jetzt. Die Satzglieder sind Prädikat, Subjekt und Objekt, prädikative Glieder und adverbiale Glieder. Das sind sie im Wesentlichen, das mehr müssen Sie nicht wissen. Ja, also das Prädikat ist mehr oder weniger und hier greifen wir auf diesen kommunikativen die kommunikative Funktion von Sätzen zurück. Das Prädikat bezeichnet die Satzaussage zum, Achtung, werbergänzenden Satzgegenstand, zum Beispiel das Subjekt. Das heißt, da haben wir diese Vorstellungsverknüpfung. Und wenn man so will, ist in unserem speziellen Satzbeispiel, versehentlich schickt sie den Brief an Storch, haben wir mehrere Satzgegenstände, also zum Beispiel das Subjekt, aber eben auch das Objekt oder eben auch das Direktional. Am Beispiel sie schickt etwas. Subjekte und Objekte haben wir exakt zwei, also wir haben ein Subjekt und ein Akkusativobjekt in diesem Satz, also sie als Subjekt und einen Brief als Objekt. Das ist die typische Struktur, wenn man etwas versendet, also wenn man etwas tut. Also es ist eine typische Handlungsstruktur, er tut etwas, sie schickt etwas, sie schickt den Brief. Prädikative Glieder haben wir hier im Satz nicht, wir haben vorhin aber über die Copula sein schon gelacht, mit Prädikativkonstruktionen bilden sie mit sein, Copulakonstruktionen, also wie zum Beispiel mit Gleichsetzungsdominativen oder eben auch mit Adjektiven wie hier, die dann Prädikativum sind. Der Brief ist missverständlich. Daran denken Sie mir bitte immer, wenn Sie irgendwie ein Element, ein Satzlied in einem Satz nicht zuordnen können und es taucht dort ein Sein, Bleiben oder Werden auf, erinnern Sie sich daran, dass es so etwas wie das Prädikativum gibt, denn dann ist es das meist. Ja, also das heißt, bitte schauen Sie, dass Sie das tatsächlich immer beherzigen. Und das Letzte sind Adverbiale Glieder. Adverbiale Glieder, die tatsächlich inhaltlich etwas näher bestimmen und jetzt sehr schön, häufig weglasbar sind. Sie können sich ja die Frage stellen, ob Anstorch in dem Satz, Sie schickt den Brief an Storch weglasbar ist. Ich würde sagen, nein. Ja, also das heißt, Sie schickt den Brief ist offensichtlich möglicherweise nicht so akzeptabel wie Sie schickt den Brief an Storch. Aber wir haben das andere Beispiel, das weglasbar ist, versehentlich. Das können Sie weglassen. Ja, das heißt, das endet prinzipiell an der Satzaussage erst einmal nicht so allzu viel, modifiziert sie leicht, aber es ist immer noch verständlich und die Satzaussage selbst und die Verbindung mit dem Satzgegenstand ist immer noch hergestellt. Das sind die Satzglieder. Was sind keine Satzglieder? Das macht Studierenden große Probleme. Keine Satzglieder sind erst einmal prinzipiell alle Einheiten, die Sie nicht verschieben können. Das ist ziemlich einfach. Und das sind in der Regel Adjektivattribute. Das heißt, die Teile sind einer Nominalfrase. Das nächste sind Genitivattribute und zwar Postnominal und Adnominal. Also das heißt, die hinter einem Bezugswort stehen können oder davor. Ich habe Ihnen mal zwei Beispiele konstruiert. Der Brief Mietze-Maios, das wäre das postnominale Genitivattribut, das übliche. Und Mietzes Brief wäre ein Adnominales Genitivattribut. Also es steht davor. Dann Präpositionalattribute und hier habe ich das Beispiel nochmal aufgenommen. Also wenn Sie der Auffassung sind, Anstorch ist ein Präpositionalattribut, was geht, dann wäre, könnte man sagen, entweder der Brief Anstorch, Anstorch wäre dann Präpositionalattribut oder eben der Brief mit unmissverständlichem Inhalt. Auch da hätte man wieder diese enge Bindung und könnte es eben nicht verschieben. Mit unmissverständlichem Inhalt schickte sie versehentlich einen Brief an Storch. Nein. Das würde nicht funktionieren. Dann haben wir eine enge Opposition, das sind in der Regel Namen und Markennamen, Eigennamen und so weiter und so fort. Also der Hofkapellmeister Robert Storch. Sie können mal überlegen, warum der Storch heißt. Und der andere heißt Stroh, also der die Liaison mit Mietzmeier hat. Ja, der eine heißt Storch, da ist natürlich Storch ist untadelig, ein bisschen eitel vielleicht. Ja, also das heißt, das sind durchaus sprechende Namen. Und dann haben wir Relativsätze und das haben Sie ganz am Anfang gesehen in dem langen Beispiel, dessen Frau den Brief öffnet. Ja, also das gehört nicht zu der Satzaussage dazu, sondern ist mehr oder weniger, wenn wir dann in 14 Tagen, wenn wir uns das anschauen, in Satzgefügen und Satzverbindungen haben Sie offensichtlich unterschiedliche Niveaus und unterschiedliche Abhängigkeiten von Sätzen und immer wenn ein Satz von einem anderen abhängig ist, ist er selbst nicht Satzglied fähig. Ja, also das heißt bei den Relativsätzen, wohlgemerkt, Relativsätzen. Okay. Ich hoffe, das ist erstmal so klar gewesen. Phrasenstruktur, was ist eine Phrase, was sind Satzglieder? Sie sehen schon, dass Sie diese Phrasen durchaus nutzen können, um Satzglieder zu bestimmen. Ein Subjekt und ein Objekt bestehen in der Regel aus Nominalfrasen. Wenn Sie möchten, können Sie im Duden passend dazu alle formalen Eigenschaften von Subjekten lesen. Ja, also das heißt, da werden alle formalen Einheiten durchgeklappert. Es können Pronomina sein, es können Nominalfrasen sein und so weiter. Tun Sie das gern. Kommen wir mal zu den Konstituenten. Syntaktische Konstituentenkategorien und hier beziehe ich mich auf Peter Eisenberg und nochmal, das Ganze ist für den Einführungskurs nicht klausurrelevant. Sie sehen jetzt also faktisch noch einmal dasselbe, nur in einer völlig anderen Beschreibungsumgebung, nämlich über Konstituenten. Das ist aber deshalb wichtig, weil man damit bestimmte Dinge erklären kann, die man mit anderen nicht erklären kann und es stellt Ihnen auch noch eine weitere Option zur Verfügung zum Beispiel in so einer funktionalen Kategorie wie Subjekt irgendwie umzugehen. Das ist ja das eine, das zu identifizieren, das andere ist irgendwie zu wissen, wie man so eine Relationierung herstellen kann. Die syntaktischen Konstituentenkategorien sehen Sie hier, sind aufgelistet in einem Abkürzungsverzeichnis und definiert bei Eisenberg als syntaktische Konstituentenkategorien sind also zum Teil das, was traditionell als Wortarten bezeichnet wird. Irgendwie erkennen Sie einiges davon. Aber auch größere Einheiten fallen unter die Konstituentenkategorien sowie Phrasen. Für die in älteren Grammatiken im Allgemeinen kein Kategorienname zur Verfügung steht. Stimmt auch. Das heißt, wir haben also faktisch mit dieser Gruppen, und Sie sehen das schon, die Abkürzung ist hier eben nicht NP, sondern NGR Nominal Gruppe. Also in der Konstituentenkostruktur spricht man nicht von Phrasen, sondern von Gruppen. Das Ganze ist nicht so trennscharf, wie Sie sich das Ganze jetzt vorstellen können. Und dahinter versteckt sich nicht wirklich prinzipiell was anderes. Allerdings gibt es eine Idee davon, dass wir eben nicht die Verbalphrase als größtes Element haben, sondern den Satz. Also das heißt, der Satz ist da eine abstrakte Kategorie, die eben nicht unmittelbar mit der Verbalphrase in Relation steht. Das zeige ich Ihnen hier. Das wäre die Konstituentenstruktur unseres Satzes. Versehentlich schickt Sie den Brief an Storch. Ziemlich einfach aufgebaut. Wir haben ein Adverb, ein Verb, ein Konomen, noch ein Konomen, also für den Artikel. Dann haben wir einen Nom, eine Präposition und einen Nomen. Und Sie sehen, Präpositional und Nominalgruppe verhalten sich identisch wie die Phrasen. Das heißt, da gibt es offensichtlich eine Vorstellung davon, was Kopf und was Kern ist, aber Achtung, hier in der Konstituentenstruktur bezeichnet der Kopf etwas anderes. Deswegen zeige ich Ihnen das. Und daraus abgeleitet wird dann die Struktur des Satzes. Also werden auch keine, sagen wir, man muss hier keine Abhängigkeiten abbilden, kann man aber, aber unser Beispiel ist zu einfach, das heißt, das ist irrelevant. Das Problem ist jetzt, dass wir neben diesen Einheiten auch Wortkategorien haben, das hatten wir vorhin im Bereich der Morphologie, so ganz kurz, ja, das sind dann weitere Möglichkeiten, um das Ganze zu beschreiben. Und dieses Beispiel haben wir vor uns auch ganz kurz diskutiert, nämlich für die Substantive ist das Genus nicht Einheiten, sondern eine Wortkategorisierung und die zugehörigen Kategorien heißen syntaktische Wortkategorien. Dies ist der zweite Typ von syntaktischen Kategorien, den wir für unsere Grammatik ansetzen. Wortkategorien sind keine Flektionskategorien. Das ist wichtig, denn das wären Einheitenkategorien. Also das heißt, die veränderlichen Kategorisierungen am Substantiv zum Beispiel sind Einheitenkategorien. Die Kategorien, die es festträgt und die nicht veränderlich sind, sind Wortkategorien. Oder wir hatten das vorhin im Bereich der Morphologie, Paradigmenkategorien. Ja, Okay, das zeige ich Ihnen erst mal. Und das Entscheidende ist jetzt, diese Flektionskategorien, also die Einheitenkategorien, treten bei flektierbaren Einheiten ebenso auf wie bei nicht flektierbaren, also bei Substantiven ebenso wie bei Adverbien oder Konjunktionen. Ich sage, bitte nicht erschrecken. Sie sehen oben, ich habe das mal für Sie vorbereitet, oben die Konstituentenstruktur, die aussieht wie die Phrasenstruktur. Das heißt, da gibt es ein paar Unterschiede, aber nicht so viele gravierende. Das Entscheidende ist jetzt, dass Sie in der Markierungsstruktur faktisch alles bezeichnen können, was die formalen und funktionalen Eigenschaften dieser Einheiten sind. Das ist die sogenannte Markierungsstruktur und ich habe Ihnen das mal gezeigt. Versehentlich schickt Sie den Brief an Storch, sehen Sie in der ersten Zeile die Einheitenkategorien, also die, die veränderbar sind und in der zweiten Zeile sehen Sie die Wortkategorisierungen, die nicht veränderbar sind. Und nun abhängig davon, dass Sie hier an dieser Übersicht schon sehen, dass offensichtlich versehentlich und die Präposition an nicht flektiert werden kann, sehen Sie, dass die anderen Einheiten offensichtlich miteinander in Relation stehen. Ich würde mal ganz gern Ihren Blick auf den Brief, auf die Vora, auf die Nominalkruppe den Brief lenken. Wenn Ihnen der Zusammenhang zwischen Paradigmen und Einheitenkategorien noch nicht so richtig klar gewesen ist, schauen Sie mal bitte auf die zweite Zeile der Annotation bei Brief. Dort erscheint ein Kriterium großgeschrieben Maskulinum. Der Brief, die Einheit, das Brief des Geschlechts Maskulinum trägt, ist nicht veränderbar. Das heißt, es ist am Nomen eine Wortkategorisierung. Das gilt allerdings nicht für den Artikel, der davor steht. Der Artikel, und da sehen Sie Maskulinum in der ersten Zeile als Einheitenkategorie, das heißt, der Artikel folgt im Genus dem Brief, also der Wortkategorie von Brief. Damit ist auch klar, wer offensichtlich wen regiert. Ich werde nicht über Reaktion, Konkurrenz und andere Relationen zwischen diesen Elementen reden, das mache ich nicht. Wenn Sie wollen, lesen Sie es gern bei Eisenberg. Ich zeige Ihnen nur, dass es offensichtlich da eine Beziehung zwischen diesen beiden Einheiten gibt, die zu einer Bindung dieser Nominalkruppe führen. So, Nächster Schritt. Das, was Sie als Satzglieder kennen, sowas wie Subjekt und Prädikat oder Objekt, können Sie als Relation bestimmen zwischen zwei unterschiedlichen Begriffen oder zwei unterschiedlichen Entitäten. Ich fange mal an mit dem Subjekt. Man kann das Subjekt einfach als Satzglied benennen, das ist das Subjekt, nur mit dem Nominativ. Super, Handlungssträger, keine Ahnung. Oder man könnte sagen, offensichtlich ist das Subjekt eine Relation, in der im Vorbereich dieser Relation ein Nomen im Nominativ steht und im Nachbereich dieser Relation ein Verb. Ja, also man kann das als relationalen Begriff bestimmen, kann sagen, ja, das Subjekt ist dem Verb zugeordnet. Das Gleiche gilt für das Objekt. Also das heißt, die Nominallgruppe den Brief. Im Vorbereich dieser Relation steht eine Nominallgruppe im Akkusativ und im Nachbereich steht ein finites Verb. Und das ist die formale Definition für das Akkusativobjekt. Im Vorbereich eine Nominallgruppe im Akkusativ und im Nachbereich ein Verb. Subjekt wäre im Vorbereich eine Nominallgruppe im Nominativ, im Nachbereich ein Verb. Und so können Sie alle Objekte durchdeklinieren. Das Dativobjekt, das Genitivobjekt und so weiter und so fort. Ja, es geht wunderbar. Und immer sehen Sie, Achtung, Sie schickt den Brief, also schicken wäre in diesem Fall, und das können Sie eine Wortkategorisierung anschauen, ist ganz klassisch Valenzkramatisch gedacht, ist dreistellig, also das verlangt Nominativ, also eine Nominallgruppe im Nominativ, eine Nominallgruppe im Akkusativ und eine Nominallgruppe im Dativ, also ein Empfänger zum Beispiel. Und Sie sehen schon, dass diese einzelnen Positionen genau darauf abgestimmt sind. Und zwar das Pronomen Sie steht im Nominativ. Den Nominativ trägt es nicht von sich aus gesehen, sondern ist dort Einheitenkategorie. Warum? Weil diese Einheitenkategorie durch die Wortkategorie des Verbs bestimmt wird. Das Verb verlangt nach einer Nominallgruppe im Nominativ. Gleiches gilt für den Brief. Der Brief steht nicht irgendwie im Akkusativ, weil ihm langweilig ist, sondern weil das Verb als Wortkategorie verlangt, dass es eine Ergänzung hat im Akkusativ. Also können Sie diese Verbindung zwischen Wortkategorie und Einheitenkategorie wunderbar herstellen. Eine Ausnahme bilden irgendwie, also die Prädikate, Prädikat ist Satzrelation, klar, und irgendwie die Adverbien, die schlagen Sie ein bisschen durch, mit denen kann man irgendwie nicht so richtig anfangen. Warum? Naja, nun, versehentlich irgendwie am Satz, also als adverbiale Angabe und dann hatten wir uns darauf geeinigt, dass anstorch eine adverbiale Angabe sein könnte zum Verb. Jetzt wird aber irgendwie in dem Valenzrahmen von Schicken das Ganze nicht gefordert, also obligatorisch, also es muss keine Adresse dabei sein. Aber Sie haben bei dem Evalbu vielleicht gesehen, dass diese Angabe, dieses Komplement dort mit genannt wird, als eine mögliche Form. Das heißt, es gibt noch eine zusätzliche Wortkategorisierung bei Eisenberg, die ich ziemlich spannend finde und das ist der An-Akkusativ. Das heißt, es gibt Elemente, die verlangen eine Nominalkruppe im Akkusativ, die mit An kombiniert wird und damit eigentlich eine Präpositionalgruppe ist. Also ein An-Akkusativ. Und das Beispiel ist dafür, ich denke an dich. Das können Sie ohne An nicht realisieren. Sie können nur an etwas denken. Das meint er hier mit An-Akkusativ. Die große Frage ist, ob das für Schicken auch gilt. Also Schicken an. Also ist das schon so stabilisiert wie Denken an und ich denke tatsächlich nicht. Also es ist nicht derselbe Verfestigungsgrad. Aber das ist wieder so eine, da können wir jetzt Grammatikalitäts- und Akzeptabilitätsurteile machen, können Sie sagen, okay, 27 Mal einer Studierenden haben gesagt, Schicken an ist genauso fest etabliert wie Denken an, schreiben wir sie in der Fußnote, passt. Haben wir das Problem gelöst. Ist hier nicht der, also es ist hier problematisch. Also das heißt, das kann man auch anders sehen. Und jetzt der letzte Punkt, auf den ich hin will. Und das ist etwas, das Sie bitte mitnehmen. Es ist so, dass die Konstituentenstruktur den Begriff des Kopfes und des Kerns anders verwendet. Der Kopf, der Nominalkruppe in der Konstituentenstruktur am Beispiel den Brief ist den. Warum Kopf? Weil er vorn steht. Also weil er vorn steht. Und was ist der Kern dieser Phrase? Kern dieser Phrase ist tatsächlich die Einheit, die dem Ganzen die grammatische Form gibt. Das ist der Kern, Nukleus. Also Brief gibt der ganzen Nominalkruppe seine Form. Wozu brauchen Sie denn bitte diese Unterscheidung? Das ist ganz einfach. In der Präpositionalgruppe und so unterscheiden Sie nämlich Präpositionalgruppen und Nominalkruppen sehr leicht voneinander. In einer Präpositionalgruppe ist die Präposition an sowohl Kopf als auch Kern. Ja, also die Präposition steht erstens vorn und gibt zweitens dieser ganzen Gruppe die grammatische Form. Und wenn Sie jetzt wie die Dudengrammatik sagen, ja das ist Kopf oder Kern, Kopf und Kern auch Kern, ja, dann können Sie diese Unterscheidung eben gerade nicht treffen. Ja, sind Sie blind auf dem Auge. Sei es drum, damit hätten Sie es fast geschafft. Wenn Sie sich richtig motivieren wollen, empfehle ich Ihnen noch diese Übersicht auf Seite 58 bei Eisenberg. Da sehen Sie alles drauf. diese Übersicht ist aber vielleicht nicht so ganz unwichtig, weil man sich daran, wenn man das Beispiel nochmal durchdenkt, sehr schön den Unterschied zwischen Einheiten, Kategorien und Wortkategorien erkennen kann. Das heißt, dass man ein wesentlich differenziertes Bild auf dieser Sachlage hat, als zu sagen, wir haben hier ein Adverb und wir haben eine Nominalfrase und das ist ein Subjekt. Wie Sie nämlich aus der formalen Bestimmung zu der syntaktischen Relation kommen, verrät Ihnen so eine ganz allgemeine und relativ überschaubare funktionale Struktur überhaupt nicht. Das können Sie so mal schätzen, was dabei rauskommt. Das funktioniert mit so einem ausdifferenzierten System sehr, sehr viel besser und Sie können die Verbindungen sehr viel stärker und sehr viel besser herstellen, als wenn Sie tatsächlich hier mit ganz einfachen Zuordnungen arbeiten. Und Sie sehen, ich habe hier nur eine überschaubare, mit überschaubaren Elementen, habe ich sie, ich hoffe, das war keine Zumutung, ich denke doch, aber die Zumutung war vielleicht noch überschaubarer. Das hätte auch noch anders aussehen können. Okay, also ich will, Moment, eins vielleicht noch ganz kurz. Sie sehen zum Beispiel hier, also vielleicht ganz kurz, Prädikatsnomen wäre genau das Prädikativum wieder. Also das heißt, es ist nicht so ganz unwichtig. Schauen Sie mal in die Schwesterrelation Prädikatsnomen. Da geht es im Wesentlichen darum, das sind Sätze wie Peter ist Lehrer. Das wären Prädikatsnomen und das Problem ist, Sie haben schon wieder eine Koppel, haben Sein dabei. Also immer wenn Sein aufteilt, aufpassen. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Okay, jetzt den Block beende ich jetzt mal. Das war jetzt faktisch die zweite Beschreibungsmöglichkeit neben der Phrasenstruktur. Sehen Sie es bitte als eine zweite Möglichkeit, als eine Erweiterung, wie gesagt, ist ein Plus, das ich möglicherweise an späterer Stelle irgendwann mal wieder brauche. Wichtig ist wichtig ist allerdings und zwar für uns hier an der Stelle das sogenannte Stellungsfelder-Modell. Damit hatten Sie vielleicht schon Kontakt. Das Stellungsfelder-Modell ist eine Möglichkeit, um Satzformen und Satzarten zu beschreiben und zwar mit einer relativ einfachen Strukturierung. Das Stellungsfelder-Modell geht von der Verbal-Klammer aus. Die Verbal-Klammer hat sich im Deutschen ab dem 17. Jahrhundert stabilisiert und sorgt dafür, dass wir relativ stabile Satzbaupläne haben im Deutschen. Also, wenn Sie so wollen, im Englischen gibt es so eine, also wir haben Subjektprädikate, Objekte, wäre so eine typische Anordnung, die wir haben. Das haben Sie auch im Englischen. Wenn Sie so wollen, wäre das schon ein kleines Stellungsfelder-Modell. Ja, sodass man sagt, okay, wir haben eine bestimmte Ordnung von bestimmten Satzländern. Ich habe Ihnen hier mal an dem Beispiel mit ein paar Umstellungen dieses Ausgangssatzes ein paar Sachen besetzt. Ich würde Ihre Aufmerksamkeit erstmal lenken wollen auf die linke und die rechte Satzklammer in diesem Modell. Die linke und die rechte Satzklammer enthalten immer Teile des Prädikats. Dieses kann ein- oder mehrteilig sein. Das hatten Sie vorhin in der Bestimmung. Mehrteilig immer dann, wenn Sie zum Beispiel die komplexe Tempus-Konstruktion wählen. Sie hat den Brief geschickt gehabt, wäre hat in der linken Satzklammer und geschickt gehabt wäre tatsächlich in der rechten Satzklammer. Das heißt, es ist ein ganz mechanistisches Modell. Finite Verbteile in die linke Klammer, infinite Teile des Verbalkomplexes in die rechte Satzklammer. Wenn Sie das haben, ist es so, dass sich alle anderen Teile des Satzes in die anderen Felder verteilen. Erstes Beispiel, versehentlich schickt Sie den Brief an den Storch, haben wir eine Vorfeldbesetzung durch ein Adverbial und alle anderen Teile dieses Satzes landen im Mittelfeld. Wenn Sie den Satz ins Perfekt setzen, sie hat den Brief an den Storch geschickt, wäre, sie hat geschickt, würde die Klammer bilden und alle anderen Teile wären im Mittelteil. So können Sie wunderbar eine Satzstruktur beschreiben. Gleichzeitig gibt diese Struktur auch die Satzform und der Satzart den Namen. Das ist ein Verb Zweitsatz. Das Verb steht an zweiter Stelle. Und in üblicher Weise bezeichnen Sie so etwas im Deutschen als Deklarativsatz. Also als einfacher Aussagesatz. Das ist so, ein Deklarativsatz muss kein Verb Zweitsatz sein, aber ein einfacher, also um mal das jetzt auf den Punkt zu bringen, das wäre ein typischer Deklarativsatz. Wir schauen uns mal das zweite Beispiel an. Versehentlich schickt sie den Brief an Storch, dessen Frau den Brief öffnet, von der Untreue ihres Manns überzeugt und ist in die Scheidung einleitet. Da sehen Sie die ganzen anderen Nebensätze, ja, also Relativsätze und so weiter und so fort, die landen nicht in der rechten Satzlammer, sondern im Nachfeld. Also das heißt, die werden faktisch ausgelagert, es kann auch Vorfeldbesetzung sein, geben mit Nebensätzen, die werden hier ausgelagert. Nächstes Beispiel, hat sie den Brief an Storch geschickt? Was würden Sie hier für ein Satzzeichen setzen? Fragezeichen? Ja, möglicherweise, ja. Es könnte ein Fragesatz sein, woran erkennen Sie das? an der Stirnstellung an der Stirnstellung des finiten Verbs. Hier bleibt das Vorfeld frei. Es ist ein sogenannter, formal ein sogenannter Stirnsatz und dieser Stirnsatz hier in diesem speziellen Fall ist ein nicht eingeleiteter Interrogativsatz, also ein nicht eingeleiteter Fragesatz. Also das heißt, Sie können daraus schon relativ gut, Sie sehen, es ist ein Verb-Erstsatz, Stirnsatz. Es gibt noch eine weitere Form von Stirnsätzen und das sehen Sie in der letzten Zeile. Schickt den Brief an Storch. Ebenfalls Stirnsatz, Verb-Erstsatz, Imperativsatz, Ausrufezeichen. Et voilà. Sie können also sagen, es gibt im Wesentlichen, wenn Sie jetzt erstmal Hauptsätze beschreiben, zwei Möglichkeiten, wo das Verb stehen kann. Verb-Zweitstellung oder Verb-Erststellung. Also Stirnsatz oder Verb-Zweitsatz. Und die Stirnsätze können entweder sein nicht eingeleitete Fragesätze oder Imperativsätze. Das ist eine sehr schöne Differenzierungsmöglichkeit, die Sie nur über das Stellungsfeldermodell erklären können. Blicken wir mal auf Zeile 4. Mietzemeier sagt, Komma, müsste dort stehen, dass sie den Brief an Storch geschickt hat. Eine Besonderheit gibt es im Stellungsfeldermodell und darauf möchte ich Sie hinweisen. Wenn wir Nebensätze beschreiben und hier zum Beispiel diesen welchen steht das Element, das faktisch den Nebensatz einleitet, in der linken Satzklammer. Das ist eine Ausnahme. Ja, es steht in der linken Satzklammer, während der übergeordnete Satz zum Beispiel im Vorfeld stehen kann. Das habe ich hier versucht anzudeuten. Viel interessanter für uns ist aber, dass Sie daran die nächste Verbstellung erkennen, nämlich die Verbletzsteller. Die Verbletzstellung in einem Satz und die deutet an, dass es ein Nebensatz ist. Sie können also mehr oder weniger sagen, Verbzweit und Stirnsatz sind sogenannte Hauptsätze und alle Elemente, alle Sätze, in denen wir das Verb am Ende stehen haben, sind Verbletztsätze und das sind in der Regel Nebensätze. Also eine sehr schöne Möglichkeit der Strukturierung, die Sie hier vornehmen können, die, wobei Ihnen das Stellungsferlermodell eine echte Hilfe ist. Das letzte Beispiel, was noch fehlt, ist der sogenannte Interrogativsatz, der eingeleitete Fragesatz mit Interrogativpronomen, hier am Beispiel wann, wann hat Sie den Brief an Storch geschickt und da hätten wir wieder typischerweise eine Verbzweitstellung realisiert. Ja, also weil wir tatsächlich mit Interrogativpronomen fragen. Okay, das ist das Stellungsferlermodell, eigentlich sehr komfortabel in der Beschreibung so einer Struktur und Sie können auch das Stellungsferlermodell ausnutzen, um zum Beispiel so eine Satzgliedanalyse anzuschieben. Ja, das hält Sie ja nichts davon ab, liegt irgendwie nahe, Sie identifizieren das Prädikat, dann sagen Sie linke Satzklammer, rechte Satzklammer und dann sagen Sie, was ist denn ausgelagert? Und alle Dinge, die im Vor- oder Nachfeld stehen, sind extrem verdächtig, Satzglieder zu sein. Nur das Mittelfeld hat es in sich. Ja, also das heißt, das kann im Zweifelsfall also ziemlich alles beinhalten, was der Satz sonst zu bieten hat. Sehen Sie, besonders bei dem eingeleiteten Fragesatz mit wann, da haben Sie alle anderen Satzglieder schön aufgefädelt. Tatsächlich im Mittelteil des Mittelfeldesatzes, hier hätte auch nur das versehentlich reingepasst, ja, also wann hat Sie den Brief versehentlich an Storch geschickt, das ist tatsächlich, da können Sie alles mit integrieren, was Sie möchten. Das Stellungsferlermodell, falls Sie jetzt, und das habe ich jetzt nochmal dazu gesetzt, Sie können über das Stellungsferlermodell natürlich auch das Thema Interpunktion erklären. Ja, also das heißt, die kommen noch dazu, üblicherweise würde man das im Stellungsferlermodell nicht mit aufnehmen, aber Sie können natürlich auch darüber auch die Interpunktion erklären, das habe ich Ihnen hier mal angedeutet, man kann es jetzt im Raum schlecht sehen, in der Präsentation ist dann besser. Erstes Beispiel, versehentlich schickt Sie den Brief an Storch, Aussagesatz, Punkt. Nächster Satz, versehentlich schickt Sie den Brief an Storch, mit Relativsatz, kommt ein Komma, Punkt wird dann dementsprechend verschoben, dann haben wir das Fragezeichen, dann haben wir den Nebensatz, der durch Komma abgegrenzt wird, von einem Hauptsatz, durch Punkt abgeschlossen, den Fragesatz und den Imperativsatz mit Ausrufezeichen. Also das heißt, Sie können da auch nur eine ziemlich gute Zuordnung zu den Interpunktionen realisieren, beschreiben und erklären. Warum wird etwas durch Komma abgetrennt, warum wird etwas durch Punkt abgetrennt oder unterstützt möglicherweise das Fragezeichen, die Möglichkeit des Erkennens des nicht eingeleiteten Fragesatzes. Also das heißt, das wäre eine Option, um diese Form zu differenzieren. Im Übrigen der Imperativ gehe ich jetzt nicht drauf ein, ich mag Imperative nicht. So, falls Sie jetzt gedacht haben, endlich mal was Einfaches, so wie Vorfeld, Mittelfeld, linke, rechte, Satz, nachfällt. Tun Sie sich bitte einfach den Gefallen plättern in der aktuellen Auflage auf die Seite 54 und finden Sie folgende Übersicht. Diese Übersicht beinhaltet so ziemlich alle Phänomene, die Sie sich vorstellen können, gesprochen sprachlich, weil mit Verbzweitstellung und so weiter und so fort, also alle Spezifika und Besonderheiten, die es in sich haben. Und da wird unterschieden zwischen Anschlusspositionen Außenfeld Links, Vorfeld, Vorvorfeld, linke Satz, Mittelfeld, rechte Satz, Nachfeld und Außenfeld rechts. Das heißt, auch das ist eine Möglichkeit, wo Sie immer noch mal eins oben draufsetzen können. Soll heute aber überhaupt nicht der Punkt sein, denn ich gehe noch einmal zurück, das reicht. Das reicht. Ja, wenn Sie später eine grammatische Analyse vornehmen wollen und sich mit gesprochener Sprache auseinandersetzen mit Dialogen, mit Abbrüchen, mit Parenthesen, mit wirklich komplexen sprachlichen Strukturen, dann brauchen Sie auch ein komplexes Stellungsfeldermodell, ähnlich wie Sie eine komplexe Konstituentenstruktur Beschreibung brauchen und ähnlich wie Sie eine bestimmte Phrasenstruktur brauchen, aber das heißt, das ist nicht Gegenstand linguistischen Basiswissens. Ja, Basiswissen ist das. Das ist mehr. Okay. Wenn Sie, wir sprechen das gleich nochmal durch, waren heute ein bisschen kürzer, das war eigentlich auch das Ziel von einer Stunde, weil irgendwie diese eine Stunde 20 ist ganz schön hart am Stück und wir würden jetzt die Beispiele nochmal anschauen für diejenigen, die Fragen haben, gerne Fragen dazu beantworten. Für alle anderen wird es hier auf dem Kanal weitergehen mit dem Thema Valenz. nicht hier im Raum, sondern in Aufzeichnung aus Konserve, aber so, dass man dann diese Möglichkeiten auch der Strukturbeschreibung noch eine weitere Möglichkeit hinzubekommt, die aber dann den Fokus komplett aufs Verb legt mit spezifischen Setzungen, so, dass Sie sehen, dass man diese Strukturen je unterschiedlich beschreiben kann. Für Sie und das ist aber wichtig für das Basiswissen und für den Einführungskurs, es reicht die Phrasenstruktur, das reicht, bitte und Sie sollten mit Verschiebeprobe und Ersatzprobe Satzglieder finden können, die Sie idealerweise auch bezeichnen. Wichtig nur für Sie zu wissen ist, dass alle Formen von Attributen nicht satzgliedfähig sind, sondern das sind Teile von Satzgliedern. Das ist wichtig, alles andere sind Satzglieder und es gibt exakt vier, ja, das Prädikat, Subjekt, Objekt, also diese ganze Reihe, das Prädikativum und das Adverb. Also das sind die vier, die Sie wissen müssen. Gut, in diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann hier vor Ort in 14 Tagen wieder aus Konserve nächste Woche. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, atmen Sie mal durch und legen Sie die Konstituentenstruktur bitte so ein bisschen hinter sich in die Ablage. Die brauchen Sie jetzt am Anfang des Studiums noch nicht, später vielleicht schon, aber damit Sie auch gesehen haben, man kann grammatikografisch dieselbe Struktur auf höchst unterschiedliche Art und Weise analysieren mit unterschiedlichen Erkenntnisinteressen. Das ist eigentlich ein Zweck dieser unterschiedlichen Modelle. Ja, also in diesem Sinne schönes Wochenende und ciao. Vielen Dank.